So, zweites Sigma-Level. Kein Plan, was auf mich zukommt. Ähm, sieht nett aus. Wow! Wow! Ich verstehe. Das war schon ganz schön knapp am Anfang. Aber nicht mit mir! Nicht mit mir! So, was kommt hier? Ach, schon der erste Boss. Ich wette, es ist Chill-Pinguin. Ja, oder? Haha. Okay, dann komm mal her. Wow! Ey, rauf damit. Oh! Oh! Oh, Mann! Brennt für mich, kleiner Pinguin! Hey! Haha! Haha! Ah, oh! Auf damit! Hey! Hat er mich glatt vereist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der mit dem Flamethrower hier länger dauert, der Kampf. Aber wahrscheinlich kommt mir das echt nur so vor. Äh, nee, ne? Hey, bin schon wieder. Glancing. So, was kommt jetzt? Nein! Wow. Haha. Gehe ich kaputt, wenn ich da reinfalle? Ich weiß es nicht. Ich muss es nicht unbedingt ausprobieren. Hey. Hey. Ja, super. Rechts oder links? Ich gehe links lang. Ich glaube, ich wäre lieber... Also rechts wäre, glaube ich, besser gewesen. Was ist hier? Was ist hier? Nur ein Sprung. Oh. Oh. Stinkameleons Waffe ist die Schwachstelle von Storm Eagle. Jetzt schon? Jetzt schon? Jetzt schon? Und hier ist es nicht. Und hier ist er noch... Hey. Ey, das ist aber jetzt gar nicht nett. Ha, 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 ha. Ich hab's geschafft. Kommt jetzt ein richtiger Bus? Oh nein. Das Gesicht. Vielleicht werde ich hier, äh, einen Energiecontainer besaufen. Ups. Aua. Mann, ey. Ja, das war gut. Haha, wie schlecht von mir. Hahaha. Oh man. Ärgerlich. Wow, er hat die Richtung geändert. Wie mies. Was ist denn die Schwachstelle von dem Boss? Ich weiß es auch wieder nicht. Mann. Ja, so lobe ich mir das. Ah. Ah. Doobes Viech. Hey. Hé. Hä. Hä. Ach, schade. Ach, das ist ja nur das grüne Auge. So, komm, die Nase muss zuerst dran glauben. Ja, doch nicht. Jetzt doch, 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 doch. Die Nase muss jetzt kaputt gehen, komm. Nein. Und wieder verfehlt. Haha. Ja, oh ey. Das war jetzt unnötig. Ziemlich kurzes Level. Ich bin sprachlos. Okay. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos.